Dieses Video bietet eine Einführung zum Thema Potenzen. Du lernst, was Potenzen sind und was du bei negativen Zahlen beachten musst. Außerdem gibt es Regeln zum Rechnen mit Potenzen. Die Hochzahl gibt an, wie oft eine Zahl mit sich selbst multipliziert wird. Eine Potenz ist also eine Abkürzung für die Multiplikation. Die große Zahl nennt man Basis- oder Grundzahl. Die Hochzahl wird in der mathematischen Sprache Exponent genannt. Durch eine Multiplikation kommt man auf den Wert der Potenz. Wenn die Basis eine negative Zahl ist, dann kommt es auf die Hochzahl an, ob der Wert der Potenz negativ oder positiv ist. Ist die Hochzahl eine gerade Zahl, dann wird das Ergebnis positiv sein. Ist die Hochzahl eine ungerade Zahl, dann wird das Ergebnis negativ sein. Hier geht es um ganz besondere Hochzahlen. Wenn die Hochzahl 0 ist, dann ist das Ergebnis immer 1, ganz egal, wie groß die Basis ist. Wenn die Hochzahl 1 ist, dann kann man sie einfach weglassen. Bei der Multiplikation mit der gleichen Basis werden die Hochzahlen addiert. Bei der Division mit der gleichen Basis werden die Hochzahlen subtrahiert. Aber Vorsicht, das funktioniert nur, wenn die Basis jeweils gleich ist. Variablen mit verschiedenen Hochzahlen können nicht addiert oder subtrahiert werden. Behandle Variablen mit verschiedenen Hochzahlen einfach wie unterschiedliche Variablen und rechne sie nur dann zusammen, wenn die Hochzahlen gleich sind. Ich hoffe, du hast meine Erklärungen verstanden. In der Videobeschreibung findest du Arbeitsblätter oder interaktive Online-Übungen, die genau zum Video passen. Natürlich mit Lösungen. Verstehst du das Thema jetzt besser? Dann würde ich mich über ein Abo oder Like freuen. Hast du noch Fragen oder sind dir manche Erklärungen unklar? Auch in diesem Fall würde ich mich über dein Feedback freuen. Vielen Dank!